Die Welt verändert sich. Die Computer und das Internet haben sich verändert. Die Art, wie wir kommunizieren, hat sich verändert. Jeden Tag in Kontakt zu bleiben, ist viel einfacher geworden und neue Bekanntschaften werden täglich gemacht, mit nur einem Klick. Es ist eine Selbstverständlichkeit für uns, das Internet für neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Dieses macht bestehende Prozesse für uns alle einfacher. Und so stehen wir an vorderster Front historischer Veränderungen und diese werden einen nachhaltigen Einfluss auf uns alle haben. Begriffe wie Blockchain und Tokenisierung werden uns allen ein Begriff. Und ein jeder von uns wird sich dessen bewusst, dass diese neuen Technologien unsere Weltwirtschaft und unser tägliches Leben in Zukunft sehr beeinflussen werden. Bisher gab es diese Möglichkeiten noch nicht in dieser Form und so hatten wir im Jahr 2018 ein sehr langes und intensives Gespräch mit einem unserer besten Freunde. Wir sprachen über neue Ideen und neue Projekte. Wir hatten eine Vision. Es ging darum, den 97 Prozent der gesamten Weltbevölkerung eine Möglichkeit des dezentralen Austausches zu schaffen, so wie es bisher noch niemand gemacht hatte. Bisher stand diese Möglichkeit nur circa drei Prozent der Weltelite zur Verfügung. Wir hatten also die Vision, der gesamten Weltbevölkerung eine Blockchain zugänglich zu machen. Es gab eine Zeit, in der der Begriff Internet für die meisten Leute zu kompliziert war, um begriffen zu werden. Heute ist es ganz normal, dass alle Menschen das Internet gerne nutzen, und zwar nicht nur die junge Generation. Wir öffnen die Türen, um in diese neue Welt der Technologie einzutreten. Zenik ist eines der ersten Hightech-Unternehmen der Welt, deren einzige Mission es ist, den Zugang zu dieser neuen Welt zu ermöglichen, und zwar so einfach wie das Buchen eines Hotels. Die Welt muss verbessert werden. Zenik macht es möglich mit intelligenten Lösungen. Zenik bietet seinen Kunden ein beispielloses Ökosystem, robuste Sicherheitsstandards und ein einzigartiges digitales System für Transaktionen. Dieses Finanzsystem ist sehr intelligent in die täglichen Herausforderungen des Alltags eingeflochten. Blockchain-Technologie und Tokenisierungsprojekte, schnell und absolut transparent. kosteneffiziente Finanzierung von Vermögenswerten wie Immobilien, Solar- oder Windenergie und vieles andere mehr. Tokenisierung bedeutet also, dass es möglich sein wird, Projekte für Immobilienunternehmen, Kunst und anderes zu digitalisieren, das heisst, einen digitalen Wert zu geben. Ich denke, in der Zukunft wird sich vieles ändern. Im Weltwirtschaftsforum zum Beispiel heisst es, dass dieser Markt bis zum Jahr 2027 24 Billionen US-Dollar umfassen könnte. Und ich denke, das ist immer noch eine zu niedrige Schätzung, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt. Wir können heute noch nicht wissen, wie sich der Markt entwickeln wird in Zukunft und wie die Börse darauf reagieren wird. Tokenisierung für jedermann, das ist es, vor allen Dingen, wo die große Veränderung geschehen wird. Die Zusammenarbeit mit OCS war für uns sehr wichtig, weil die Welt der Blockchain für uns offen stand. Und das ist ein riesiger Vorteil. Als wir unser erstes Gespräch hatten, haben wir sofort bemerkt, es gibt eine Gemeinsamkeit und wir müssen uns zusammentun, um etwas ganz Großes zu erschaffen. So bin ich heute sehr glücklich, dass wir auf den Zug aufgesprungen sind. Und ich bin gespannt, was wir gemeinsam alles auf die Beine bringen werden. Für uns als OCS-Unternehmen ist es von großem Vorteil, eine Partnerschaft mit Zenik eingegangen zu sein, was wir in relativ kurzer Zeit geschafft haben. Zenik ist führend in dieser Technologie, vor allem mit diesem Gerät, das Zenik geschaffen hat. Es ist eines der größten Vermögenswerte für uns als OCS-Bank. Man bedenke, was in Zukunft möglich sein wird mit Blockchain, Fintech und dem einfachen Zugang zur Finanzwelt für jedermann. Das ist unser größtes Kapital, worauf wir niemals mehr verzichten können. Wir wollen der Schlüssel als Türöffner sein für die Blockchain-Welt. Es ist das Portal über unseren Zenik-Hub. Dieses bietet drei ganz besondere Vorteile. Erstens, die absolute Sicherheit für alle ihre finanziellen Transaktionen mit einem dreifachen Identifikationsfaktor. Zweitens, die Möglichkeit, alle verschiedenen Krypto- und Fiat-Währungen, die es weltweit gibt, zu wechseln in der eigenen Exchange, also in der eigenen Wechselstube. Sie selbst sind Ihr eigener Bankchef. Somit brauchen Sie sich nicht selbst zu identifizieren. Alles in allem, das ist weltweit einzigartig. Wir befinden uns jetzt in einem historischen Wandel und das bietet ungeahnte Möglichkeiten für die gesamte Welt. Zenik gibt Ihnen die Schlüssel in die Hand. Es könnte Ihr Universum sein. Beanspruchen Sie jetzt Ihr persönliches Stück Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.